Hallo! Oh! Wo ist denn der Ziel hoch? Ja, ne? Oh, ich hab da... Warum sagt mir denn keiner, dass ich da noch Nutella hab? Hallo! Wir fahren grad nach Marburg. Wir nehmen euch mit auf einen Trip. Viel Spaß! Viel Spaß! Oh, oh, oh! Weiß das schöne Haus? Der Auszug geht nicht, wir sind stecken. Vielleicht sind die Einkäufe zu... Oh nein, ihr fern! Ich bin wieder schwimmen kann. Geh weiter! Stecksküche! Wir haben es geschafft. Das sieht aus wie ein Krankenhaus. Ja. Wir sind in ihrer Wohnung jetzt. Oh, my mom, this is apple juice. Meine mom, nein. Nein, apple juice! Ich will einen Teestest. Keine Werbung. Temprano Tremprinillo von Espana. Prost! Finde ich gut. Schmeckt nach dem Tod. Willkommen zu dem heutigen Flugkurs. Oh, mein Kursi-Fresse! Hallo! Follow me around. Uiuiui! Wir öffnen die Verpackung. Toll, toll, super toll! Haben wir geöffnet. Wir machen die halt jetzt, ne? Mach mal rein. 2 und 10. Jeder muss für jeden einen guten Look aussuchen. Der hat ja fast nichts hier. Aber damit musst du arbeiten. Nehmen wir das. Ich soll auch mal ein Cardiff machen. Hallo, ich mach hier. Geh mal auf der Kamera. Ja, du wirst mich entertainen können. Jo. Kann man das hier mal so stimmen? Das denke ich. Ist ein Look, oder? Tolle Stuff. Okay, wir gehen jetzt erstmal. Das ist los dein! Du musst mal die Müll aufkommen. Mach nütze auf dich. Wir trinken. Wir trinken mal. Nein, das ist auch viel soft. Stimmt. Wann gerade bei Rewe? Ihr müsst doch hier rüber! Sieht bisher als die Disco, aber in Wirklichkeit. Wir schlagen zu. Wir haben gestern sein Kontoschein verglichen und ich glaube nicht, dass jemand sich das leisten könnte. Hallo, ich bin ein Reich. Wir sind kurz davor in den Aufzug zu gehen. Es ist spannend. Es wird gut. Bis gleich. Es ging zu schnell. Ich habe es vergessen, euch zu zeigen. Naja, wir sind oben. Wir sind gerade in so einem Store. Das ist nicht mein Store. Man merkt, dass es eine Studentenstadt ist. Wer macht schon Notizen? Wir hatten ein iPad heutzutage. Leute, ASMR. Wir machen ASMR. Wir haben uns ein Babel-Tigol. Wir haben uns ein Babel-Tigol. 1, 2. Hilftest. 1, 2. 1, 2. 1, 3. Wir machen jetzt ein Haul. Ich habe eine Rose gekauft. Das ist ganz cute. Ich habe noch Mayonnaise. Das ist nicht mein Mayonnaise. Das ist Burgersuppe. Ich habe ein Ortizbuch geholt, weil ich bin cute und ich bin produktiv. So macht mal. Ich bin, ich bin, ich bin, ich bin. Was hast du? Ich habe nichts, weil ich bin Karatee-Will-Girl. Ja. Oh, das ist die Ruhe. Warum sind für große Füße nicht feuer? Oh nein. Das schlägt irgendwie tatsächlich zu drucken. Ja. Das war der Fick von. Nee, Mann. Xenia schlägt gerade das Konsum her. Ich habe keine Füße, deswegen ist es gut. Ich weiß nicht, wie das geht. Hat es gefressen? Wir sind im Gruppenrahmen. Ich will hier raus. Könnt ihr später schnell eure Bücher finden. Okay. Machen wir schnell mal. Können wir da jetzt reingehen? Es geht einfach rumpelrig an. Ach, ja, ja, ja. Oh. Ich gucke die alle weg. Ich gucke nur rein. Wir erklimmen gerade den Berg. Ich gucke nur rein. Doch, müssen wir. Komm. Hallo. Hallo, da sind wir. Auf, jetzt weiter geht's. Da ist es. Das ist Marburg, Xenia. Guck, schön. Mitten in Marburg. Mitten auf dem Berg. Samstag. Hallo. Hallo. Wir spielen jetzt ein Spiel. Ähm. Duble. Träne. Ja, Träne. Ähm. Juni-Schlüssel. Ähm. Ag... Was ist denn an Falco? Drache. Ähm. Ich habe gerade keinen Lauf. Schloss, Schloss, Schloss. Geist. Vogel. Hund. 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 Das fehlt nicht mehr. Ja, okay. Ich habe ein Schworn. Ähm. Oh, nein. Guck mal. Herzchen. Danke. Danke. Abo. 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 Ich war ja klar, dass er wird. Fass hier. Ja... Ich war abgelehnt. Auge. Das ist wirklich schlimm geworden. Leute, ihr rasieren jetzt meinen Kopf. Ich sage tschüss zu meinen schönen weißen Haaren. Du darfst nicht gucken vorher, das ist auf die Straße. Guten Morgen. Hallo. Hallo, wir sind gerade auf dem Tretboot. Wir fahren gegen die Säule. Ich mache jetzt schöne Kompilations. Die Säule ist auf dem Tretboot. Wir machen jetzt Schluss. Das war es dann wieder für heute. Ich hoffe, euch hat es gefüllt. Anna, dein Outro, das kann sie gut. Das ist halber Channel, Daumen nach oben, das liegt auch so viele Zeichen. Ich habe einen Tag, ich habe E-Mail, ich habe einen Follow auf Instagram. Tschüss. Tschüss. Was war das? Ich bin ein Zwarfaktor. Babe, ich weiß, du hast das. Ich glaube, ich höre immer.